Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von FanFarm. Der Sip ist ein wichtiger Hinweis. Wir trinken auch mal ein Schlückchen. So. Finder, die Schmiedin, ist eine Meisterin im Abbau von Metall und Edelstein. Zeig mir den Rohstoffabbau-Jobaufgaben, was du drauf hast. Ja, sobald wir wissen, ob man den Jobstatus verliert, würde ich auch mehrere Jobs machen. Weil, das ist halt echt dumm. So, okay. Wir gucken jetzt gerade mal, wo wir stehen geblieben sind, was wir jetzt machen müssen. Gut, dann gucken wir mal, was fehlt uns. Haben wir den runden Tisch schon? Ne, den haben wir noch nicht. So. Und dann als nächstes brauchen wir das Grammophon, ne? So, das heißt, wir brauchen hier Silberwaren und polierte Saphir. Und... Ja, die Stampe können wir machen. Wow, aber die ist echt groß. So. Gut. So. Dann gucken wir mal direkt, dass wir eine To-Do machen. So. Okay, also, wir brauchen jetzt noch zwei Silberwaren. Silberwaren machen wir hier. Silberwaren, zwei Stück. Und ein polierter Saphir. So, dann können wir das Grammophon machen. Hier haben wir gemischte Beeren. So. Hm, Fischfilet. Fischfilet. Haben wir hier noch ein paar Fische, die wir zerhexeln könnten. Da. So. Gucken wir gerade schon noch mit dem Rezept. Was mache ich mit Trockenpilze? So. Ähm. Genau. Wir machen da schon was. Ach so, okay. Das dauert länger. Gut. Ähm. Was brauchen wir denn an den Tränken für Neues? So. So. Ah, jetzt ist der Schussforscht nur noch ein bisschen. Machen wir hier auch mal ein. Hm. Hm. Gucken wir mal, wie es euch da drin geht. Zwei Eier. Zwei Mappanbrülle. So. Dann gehen wir mal oben. Ich meine, nicht ganz so aktiven Bauernhof. So. Da, Paul. Discord hat was gepostet. Ah, jemand hat meinen Server verlassen. Okay. Juba! So. Gott dan. So. Euro. 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 So, die Kartoffeln sind jetzt eigentlich gerade nicht so wichtig. Okay, dann gucken wir mal. So. Okay, dann formen wir hier wieder ab. Oh, das ist schon wieder dieser verpackte Blumenkohl, der nicht abgeht. Oh cool, jetzt schwebt da in der Luft. Ich bin halt auch wenigstens weggegangen worden. Ich verstehe nicht, warum der die Ecke da nicht mag. So. Gut, dann können wir hier weiter gucken. Jetzt können wir aber das Grammophon herstellen. Ich hoffe, dass es dann jetzt auch schöne Musik gibt da drin. Musik? Musik? Ja. Schön. So, wir können den hier machen. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf unseren anderen hoch. Jetzt gucken wir mal noch. Aha, sehr schön. Frostrüben. Frostrüben, genau. Die brauchen wir ja auch. Warte mal, wie war das? Mit Wirbelsturm, gell? Perfekt. So, ähm. Was habe ich denn noch? Und Samen zum Neupflanzen? Wir haben noch Zauberkappen. Zauberkartoffeln. Okay. Kartoffeln können wir auf jeden Fall schon mal pflanzen. Wieso können wir die... Okay, ich glaube, die müssen wir drüben pflanzen. So, was brauche ich denn hier nochmal? Oh, da wachsen hier die normalen Sachen. Hm. Hm. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und fangen die direkt um. So. Ich frage mich die ganze Zeit, für was man eigentlich die Blumen braucht. So. 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 zeit verkauft soll man gleich ins feuerverlies gehen oder möchtest du lieber ins feenverlies gehen was willst du lieber sehen muss ja auch mal weiter kommen wie ich was wünsche dass du mir jetzt nicht sagt dass es für die flügel sind danke jetzt nicht für die flügel okay ich sammle zukünftig wieder blumen war es jetzt für die dates oder für die flügel für die dates ist mir egal aber für die flügel nicht man muss prioritäten setzen so was sollen können wir dann jetzt anbauen am tea house ich würde sagen wir können mal rüben anbauen die drei noch pflanzen dann hat jeder einen gleichen stand okay für die flügel und hier müssen wir eigentlich ja komm so war doch ein erfolgreicher farming day würde ich sagen oder okay so dann auf geht's jetzt ins feuerverlies so wir rüsten uns aus fürs farmen des feuerverlies wir holen noch den sausebraus den sausetrank wir haben was zum essen falls wir meinen wollen haben was ich würde tatsächlich allerdings noch irgendwie gerne was zum essen mitnehmen mir ist das irgendwie noch nicht genügend ich müsste mal wieder mehr basic sachen den nehmen wir noch mit so gut ja obwohl denn wir laufen hoch da können wir schon mal anfangen mit farmen wir brauchen jetzt schließlich auch ein paar items aus der vereisten hohebene die haben wir jetzt eigentlich nicht unbedingt aber naja so 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 Das ist dort ja auch nichts im Sammeln, oder? Ja, die dann brauchen wir halt wirklich, ne? Ah! Die will nicht rollen! So! Boah, ich mach mir eher Sorgen für das Trollen. Der ist so still! Der ist gar nicht da! Hallo, Keks! Ich vermiss meinen Troller. Keks, wie geht's dir? Okay. Das stört mich tatsächlich eher, jetzt nicht, wenn ich erstmal inventarvoll ist, sondern dass ich keine Energie mehr hab. Jetzt schon! Nein! Und natürlich hab ich auch direkt das Farming-Ding gefressen! Natürlich! Verdammte! Hacke! Oh, komm, dann gehen wir jetzt rein! Oh, komm, dann gehen wir jetzt rein! So, warte mal! Jetzt konnten wir ja drei Buffs gleichzeitig machen, ne? Hopefully! Ja! Okay! So! Aua! Jetzt bin ich auch noch so lost und... Och, verdammter... Mensch schon, denn schon! Ja! Aua! So! Du flirtest? Ich dachte ja, du trollst! Und hi Pats, wie schön, dass du da bist. Nichts Besonderes. Achso, hätte ich es sein können, dass du Brot mit Käse hast oder so. Ist doch egal, dass es nichts Besonderes ist. Essen ist Essen, Essen ist immer was Besonderes. Essen ist toll. Ich bin der Karte für tänkte Esen. Ich bin der Karte für die Karte auf네. Ich bin der Karte. Jo, die springt ja mehr als das der Bode. Ich jetzt hier, mach mal halt lang. Du auch. Dankeschön. Bitteschön. Mann, um mehr ist das hier anstrengend. Nein, es gibt keinen Todes-Counter. Jetzt. Nein. Nein. Nein, ich bin zack, habe ich noch nicht verbessert. Das macht so keinen Spaß. Jetzt, hör auf mich anzugreifen. Was ist denn? Leute, ich will ja doch einfach nur Farme. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. So. Ich dachte, das Spiel da Spaß macht. Ich denke, das war meine Güte. um Was ist das? Oh mein Gott, die Tür ist einfach schon offen. Oh nein. Nein. Können wir kurz einfach mal so ein paar Minuten zurückspulen. Oh mein Gott. Wie so regeneriert sich eigentlich mein Charakter, der Shooter, oder? Aber viel zu langsam. Hey! 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 Mach ich echt nein. Hey! 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 Ich fang. Und bis immer werden das mein Knollensalat. Ich glaube nur, dass ich nachher direkt ordentlich meine Waffen verbessern kann. Ich bin nicht glücklich mit dieser Situation. Okay, auf geht's! Komm schon. So! 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 auf welcher Ebene bist du? auf Ich habe eine Ebene geschafft. Wuppwupp. Riesen Slay. Ich war jetzt noch nicht mehr. Ich habe noch 20 Ebenen vor mir. Danke schön. Ich wollte es. Ja. So. Zeit für ein Spätzchen. Okay, warte, oh Gott. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Uh. Okay. So, was macht man jetzt? Du Schande. Fest und Feierlichkeiten. Fest des Warnunghörders. Okay. So, wir gucken mal. Wir brauchen ja... Echt? Eine Erloschung. Okay, das klingt so. Ach, Patsi. Ich habe dich ganz unterliegt. So. Ich brauche jetzt den da. Ach, ich brauche Rubine. Wo kriege ich Rubine her? Wieso habe ich schon Granaten? Aber keine Rubine? So, wir können den nächsten 5er Stack machen. Hey, aber da komme ich... Oh, nee. Sag jetzt nicht, du musst... Oh, nee. Nee. Nein. Sag das nicht. Eine Granate habe ich. Aber keine Rubine. Eine Rubine brauche ich, um... Für die nächsten, ne? Ach, das ist doch doof. Jetzt ist es auch noch die Gießkarte. Eieieieiei. Nur am Meckern heute. Also, ich brauche jetzt die Blumen für die Flüge, ne? Du brauchst ne Hagelkröte. Okay, what the fuck. Hey, wieso kann ich die nicht abfarmen? Ey, die zwei haben sich gerade geboxt. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Ist alles okay bei denen? Muss ich denen jetzt wieder aufhelfen? Juba. Japp, ne? Ich hab nicht so einen Schrecken an. Wieso gebt ihr mir heute nix? Habt ihr... Ihr habt doch noch was zum Fressen. Okay. So, raus, raus mit euch. Dann wollen wir erstmal hier neu... Nächste Spitzhacke. Oh, wie süß. Guck mal, hier ist alles geschmückt. Oh, wie schön. Oh. Was wollte ich jetzt an? Wow. Ich hab heute Morgen einen Schneemann gebaut, aber dann hat ihn ein Wollhorn umgestoßen. Oh, neun die Augen. So, warte. Die Hacke brauch ich. Wieso hab ich jetzt nur zwei Barrenscher bei? Ach, Mann. Wie schön. Ich bin gerade die ganze Zeit noch von mir überlegen, ob ich noch eine Scheibe Brot esse, ne? So. Waren. Das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Das auch. Das auch. Das auch. Ah, wir brauchen vor allem auch gleich wieder Feuertränke. Das kann ich dir nicht sagen, aber wenn er Hering möchte, soll ich mal gucken, ob wir einen Hering haben für ihn. So einen schönen schnuckelischen Typen. So. Nee. Hm. Jetzt war es, als ob wir einen Hering angeln müssten. Bist du ein Hering? Nee, du bist eine Regenbogenforelle. Okay. Nee. 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 Ich hab's gleich, so. Ja. Ja. Ich hab's be-real. So, B.R.E.G is ended. So, B.R.E.G is in the middle of 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 the middle Ey, du Fisch, komm zurück! Ich hab einen Hering! So, dann suchen wir mal ihn nochmal. Aber erst räumen wir hier die Spitzhacke, richtig? So, dann gucken wir jetzt mal, wo er hin ist, damit ich ihm seinen Hering geben kann. Ah, da oben im Elfendorf, ne? Da! So, dann bringen wir ihm seinen Hering. Oh, ich wollte eigentlich gerade ihn verschwunden. So, dann bringen wir ihn an. 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 Wunderbar, einfach wunderbar. Ist das etwas Neues, oder warst du schon immer so hübsch? Schleimer. Okay. auch gar nicht gekauft hier jetzt habe ich dir was beigebracht da muss ich ihr muss ich jetzt weiter flirten mit dem typen aber ich kann dir sagen das date mit ihm war grauenhaft wenn es nach mir gehen würde würde er kein zweites date kriegen genauso wie pyro ich mache es nur euch zu lieben allerdings bin ich überlegen wir gucken können wenn wir noch daten können So, kann ich den irgendwie nochmal umswitchen? Okay, jetzt ist auch schon wieder gleich nachts, oder? So, 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 so,